So, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Paladins. Heute mit einem neuen Champion und zwar... Terminus! Terminus! Let's go! Ja und das Release dieses 33. Champions ist eine echte Premiere in diesem Game. Denn der Typ ist nicht nur groß, sondern dieser Tank hat auch eine mächtige Axt bei sich. Und das ist seine Standardwaffe. Der Typ Terminus ist nämlich einfach mal ein Nachkämpfer. Ja, Terminus hat 5200 Leben und mit seiner Axt verursacht er 700 Schaden an jedem Gegner, den er trifft. Und zwar holt er immer Schwung und führt dann einen kräftigen Heap aus. Und jeder Champion, der von diesem Heap getroffen wird, kriegt 700 Schaden. Also kann ich hier beides Geist treffen, wenn ich genau in die Mitte ziehe. Ja und seinen Standardangriff ergänzend schießt er mit dem Rechtsklick ein Projektil ab. Und das verursacht 250 Schaden, also nicht wirklich viel. Hat aber auch nur 2 Sekunden Abklingzeit. Ja, schon spannender ist die F-Fähigkeit. Mit der springt ihr nämlich richtig krass in die Höhe und smasht dann so auf den Boden auf. Verursacht dann so einen Riss und die davon getroffenen Gegner kriegen halt Schaden. 500. Weiter geht's mit der Q und das ist quasi das Schild von Terminus. Das könnt ihr nämlich aktivieren und dann haltet ihr Damage, der aus der Richtung, wo ihr hinkommt, ab. Und es läuft diese Energie aus. Und wenn die ausgelaufen ist, könnt ihr halt nicht weiter euer Schild haben. Und ihr seht, ich hab jetzt genug Schaden abgefangen für diese eine kleine Ladung. Ihr seht diese 4 Teile, jetzt ist schon die zweite Ladung, die dritte und die vierte. Und wenn ich jetzt mal einen Rechtsklick benutze, dann schieße ich plötzlich 4 Mal. Denn je mehr Schaden ihr abfangt, desto stärker wird euer Rechtsklick. Und zu guter Letzt fehlt nur noch die ultimative Fähigkeit von Terminus. Und die ist eine echt, echt coole Fähigkeit. Denn ihr könnt einfach mal euch wiederbeleben. Das heißt, wenn ihr die gerade abhabt und jetzt sterbt, dann läuft diese Zeit ab. So lange könnt ihr noch rechts, äh, R drücken. Ihr werdet wiederbelebt und verursacht 7000 Schaden an allen Gegnern in 4000 Reichweite Höhe. Äh, naja, 4000 Einheiten Reichweite, genau so rum. Ja, gut, das ist das Kit von unserem riesen Terminus. Und wie der so im Game funktioniert, das sehen wir jetzt gleich in einer Runde. Alles klar. So, wir sind auf Kluftsteinbruch in Belagerung. Und ich hab's geschafft, äh, Terminus zu picken. Äh, gehealt werde ich von einer Cerys. Wir haben zwei Damage-Dealer, nämlich Cassie und Srix und ein Androxus-Flanke. Welch ein Wunder, die Gegner haben auch ein Terminus und sie haben sogar auch eine Cassie und auch einen Androxus. Sie haben aber keinen Heiler, sondern eine Mief und einen Bombking noch. Ähm, ich weiß echt nicht, was man als Tank kauft. Und, das ist immer das Schwierigste, wenn ich Tank spiele. Ich guck mal, was der andere Terminus kauft, wenn er das noch rechtzeitig tut. Und sonst kaufe ich mir einfach mal das Teil hier. Und da geht das Battle los. Der Typ hat sich das auch gekauft, wunderbar. Ähm, und wir gehen natürlich direkt auf den Punkt. Und versuchen erstmal hier den Schaden abzuhalten. Also, der CC-Effekt wird offensichtlich auch abgehalten. Ich muss hier natürlich auf dem Punkt bleiben als Tank. Die Mief ist schon mal tot. Dann halte ich hier mal ein bisschen Schaden ab. Und jetzt muss ich wegspringen, weil die Gegner angreifen. So, wenn ich jetzt von der Cerys geheilt werde, könnte ich was hier machen gegen den... Dude, ähm... Androxus geht rein, holt den Terminus. Und ich werde gleich, glaube ich, gestunnt. Ja. Nicht so schlimm, wir gehen wieder auf den Punkt. Und da ist irgendwo eine Mief, genau. Die habe ich gesehen. Oh, was passiert hier? Wir halten Damage ab. Halten kein Damage ab, weil niemand uns mehr damagt. Wir halten wieder Damage ab. Jetzt kommt hier der Gegner an. Der gegnerische Terminus. Da jump ich mal weg. Den haben wir. Also, beziehungsweise die. Ähm... Da oben ist ein Bomb King. Das feiere ich nicht so. Ich hoffe, dass der Androxus mich nicht kriegt. Kriegt er nicht, er ist tot. Ähm... Dann würde ich sagen, gehe ich hier mal... Hä? Was war das denn? Das war die gegnerische Cassie. Wir haben aber den ersten Punkt schon genommen. Easy. Ähm... So, und dann wollen wir mal hier gucken, was wir da machen können. So, die Damage uns nicht. Da muss ich jetzt meine Seroths einfach nur resten. Sonst kriege ich keine Healer mehr, ne? Oh, ich kriege keinen Heal mehr. Das ist ein bisschen doof. Ich komme nicht an sie ran. Weil ich nur Nahkampf habe. Natürlich ein bisschen unlucky. Ich spring mal hoch. Treffen wir irgendwas? Nö. Wir sind down. Naja, wie halt als Tank das so ist. Ohne Healer schafft man nicht so viel. Ähm... Wir können uns aber das Item mal upgraden. Ja, man kommt nicht so richtig an die Nahkämpfer ran. Und es sind nun mal alle Champions in Paladins Nahkämpfer. Außer wir als Terminus jetzt eben. Jetzt müssen wir hier mal warten. Weil wir natürlich alleine nichts machen können. Da ist aber unsere Cassie auch schon. Da springen wir mal auf den Androxus rauf. Stunnen den hier. Ach so. Das wusste ich übrigens gar nicht, dass wir mit dem F die Gegner auch stunnen. Wo ist denn jetzt die Meef? Da ist die. Die jumpen ja immer zu viel rum. Die haben wir. Nice. Also das F ist echt eine coole Fähigkeit, wie ich finde. Wir haben unsere Ulti auch ab. Ähm... Man kämpft hier gerade gegen den anderen Terminus. Aber das ist kein Problem für uns. Den haben wir. Ach, er hat geultet. Ist wieder am Leben. Aber bringt ihm nicht so viel. Denn wer wird schon wieder gekillt. Und mit dem Gigeraschen Androxus sieht es nicht viel anders aus. Da holen wir uns den Bomb King ab. Im Rechtsklick. Ganz gekonnt. Als ob ich schon immer Terminus gespielt hätte. Und wir pushen einfach mal weiter. Ah, die Meef ist hinter uns gejumpft. Okay. Ich weiß nicht genau, wo sie ist. So, wir halten mal ein bisschen Damage ab. Hier, willst du mich abknallen? Oh, oh, oh. Das sieht nicht so gut aus. Okay, man kann auch in der Luft. Ähm... Oh, scheiße. Da hätte ich lieber mal weiter pushen sollen. Ich bin schließlich Tank. Das war etwas blöd gemacht. Aber kein Problem. Das holen wir uns in der nächsten Runde wieder. Okay, die nächste Runde geht los. Mir ist gerade aufgefallen, es wäre doch sehr sinnvoll eigentlich, dieses Item zu kaufen, womit man seine Ulti öfters abkommt. Ähm... Habe ich jetzt leider nicht gemacht. Ähm... Ja, habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Da oben ist der Bomb King. Das ist jetzt ein bisschen doof. Der kriegt mich nämlich schon fast. Äh... Ich habe aber sonst meine Ulti auch ab. Da könnten wir ihn jetzt aber gerade sogar kriegen. Wir blocken mal ein bisschen Schaden von ihm. Ähm... Na, er ist auch schon abgehauen. Und jetzt versuche ich hier an die Mif ranzukommen. Tue ich nicht. Dann gehe ich lieber mal wieder auf den Punkt. Wenn die Bomb King... Bombe da weg ist. Vorher lieber nicht. Oh, ich darf nicht so viel den Gegnern hinterherjahren. So, das kann ich auch. So, wer geht jetzt vorher down? Hehehe. Komm! Ulti. Wir haben ein paar Kills gemacht mit der Ulti. Ein Double Kill. Oh, der hat auch geultet. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Ja, Mist. Ja, die Ulti ist ganz geil. Aber der Gegner hat natürlich das gleiche. Und er hat seine Ulti auch öfters ab. Weil er sich halt das Item gekauft hat. Ich habe mir jetzt Meisterreiter gekauft. War vielleicht ein bisschen doof. Ja, ich komme mit dem Champion nicht wirklich klar. Das seht ihr. Ähm... Ist aber auch echt nicht einfach. Weil er eben... Äh... An die Gegner nicht so gut rankommt. Da ihr eben nur ein Nahkämpfer seid. Und alle anderen Fernkämpfer. Der Typ hat geultet. Rennt jetzt da rein. Jetzt kommen wir von hinten mal an. Ich checke auch nie genau, wo die Gegner sind. Ich, äh... Verpeil das immer. Ist mir ein bisschen, äh... Zu actionhaft hier in der First Person. So... Nur auf Nahkampf. Ähm... Naja. Also ist ein... Nicht allzu einfacher Tank. Komm her jetzt, du. Komm. Äh. Da ist er down. Oh, jetzt kam die Mii von hinten. Ja gut, was möchte ich noch sagen? Ähm... Ja, es ist halt eine sehr krasse Änderung, die... Hyrus da wagt. In ihrem Shooter. Äh... Paladins. Hier einen Nahkampf-Champion einzubauen. Wir haben übrigens den Punkt verkackt. Die Gegner haben den. Da springen wir einfach rein. Den holen wir uns. Die holen wir uns auch. Und dann blocken wir erstmal. Und... CC-Chain. Ich bin down. Da hab ich grad kurz nichts gesagt, ne? Yo. Also, wir wurden gekillt vom Bomb King. Bomb King ist natürlich auch sehr stark gegen Tanks immer. Äh... Da muss ich mal mehr mit meinem Team zusammenspielen ein bisschen. Also auch sehr interessant ist, dass der Tank... Dass es ein Tank ist, der kein Schild hat, sondern... Schaden blockt wie ein Androxes oder so. Äh... Ist es nicht wirklich... Gut ins Game involviert worden. Da muss ich abhauen. Ähm... Aber vielleicht checke ich's auch einfach nicht wirklich. Also... Ich hab halt... Keine Übung mit dem Champion. Ich spiel ihn erst jetzt. Mit dem Video. Da müssen wir abhauen. Schaffen wir nicht. Wir haben aber unsere Ulti ab, sonst zur Not. Wir blocken mal einfach möglichst viel Schaden. Ist für zwei Aufladungen. Haben wir Schaden geblockt. Blocken. Hier willst du mich... Angreifen. Hier, ich geb dir Angreifen, Mann. Also, es macht schon irgendwie Spaß, der Champ. Der ist schon cool. Ähm... Ich bin nur Kacke. Das ist das Ding. Denk ich mal. Ein bisschen blocken wieder. Ach, da ist der... Gegnerische Androxus. Das ist natürlich... Äh... Äh... Bomb King, meine ich. Ist natürlich doof. Den Androxus haben wir. Wir blocken wieder. Jetzt kommen sie hier und pushen. Ich mach meine Ulti an. Die gehen drauf. Easy. Das war eine schöne Ulti, denke ich, von Terminus. Und damit sind wir wieder auf dem Gleichstand. So, da geht's auch schon wieder los. Ich finde übrigens das Design von dem Champion übel geil. Also, wie der aussieht. Blocken. Erstmal wieder hier Schaden. So, zwei Aufladungen. So, zwei Aufladungen... Drei Aufladungen sind's geworden. Da muss ich aber abhauen. Wieder Schaden blocken. Und werde jetzt sterben, weil... Wo ist mein Team? Naja, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Ähm... Ich weiß nicht. Also, der Champion ist schon eigentlich stark, wenn man mal bedenkt. Es ist halt gerade in der Phase, wo der Gegner auch immer den gleichen Champion pickt. Weil der Champion eben neu ist und jeder will ihn spielen. Aber in einem normalen Matchup könnte er sogar sehr gut sein. Denke ich. Also, wenn er nicht unbedingt selber gegen den Terminus spielen muss. Äh... Jetzt ultet er. Und killt mich damit fast. Also, eine sehr starke Ulti hat er auf jeden Fall. Ich muss unbedingt noch genug Damage machen, damit ich wenigstens die Ult hab, falls ich sterbe. Okay, die Ceres hat ihn geholt. Ist ja sehr gut mit Ceres zusammen wahrscheinlich. Äh... Weil... Er eben... Dann an allen Schaden verursachen kann. Ich geh mal auf den Bomb King hier rauf. Oh, der ist abgehauen nach oben. Das hat er gut gemacht. Ist auch ein sehr guter Bomb King, glaub ich. Ähm... Bomb King ist... Wie gesagt, stark gegen Tanks. Glaub ich, weil er die halt immer stunnen kann und so. So, wo muss ich hin? Wo ist der Gegner? Da ist ein Gegner. Haben wir. Jetzt erstmal blocken. Also, das Prinzip hat der Bomb King schon verstanden. Wir jumpen auf den Bomb King rauf. Und schaffen es, ihn zu killen, bevor er es schafft. Da ult ich. Aber kriegt den Terminus nicht mehr richtig. Hm... Die Mief kommt hier an. Wir jumpen mal hier rauf. Treffen den Androxus. Haben wir. Fünfer Streak, okay. Warum nicht? Sechster Streak. Nehm ich gerne. Okay, langsam macht es echt Spaß. Muss ich schon sagen. Aber... Ich finde halt Tanks nicht so geil. Und es ist halt einfach ein Tank. Und er übernehmt die Rolle eines Tanks. Und... Äh... Dafür... Braucht ihr eben so ein Kit. Muss Damage abfangen und alles. Und ich denke, so funktioniert er auch gut. Kann ich das eigentlich blocken? Ja, das kann ich komplett blocken. Okay. Das ist interessant. Ich kann einfach alles blocken anscheinend. Also ich glaube, der Terminus ist eigentlich eher OP. Nur ich spiele ja gerade auch gegen den Terminus. Und der ist eben dann auch OP. Und ich kann den Terminus wahrscheinlich schlechter als der gegnerische Terminus. Es kann. Und... Hab außer denen... Das falsche Item gekauft. Und deshalb kriege ich meine Ulds nie. Wir blocken hier mal wieder ein bisschen. Und... Warten auf mein Team. Hier gehen wir auf den... Oh, hier werden wir gekillt. Obwohl, kann ich das noch blocken? Jawohl, ich kann das blocken. Krieg den hier rein. Geil. Wann ist sein Dings zu Ende? Jetzt, äh... Dann feite ich mich mal hier gegen den anderen Terminus. Der ist down. Und wir haben die Gegner alle down geschlagen. Das heißt, es ist ein 3-3-Showdown. Wer kriegt den Punkt, ist jetzt die Frage. Und... Welcher Terminus ist besser? So, dann wollen wir uns mal den Sieg hier abholen. So, wir gehen direkt los auf den Punkt und hoffen, dass mein Team mitkommt. Die Ceres geht direkt relativ down. Das möchte ich gerne blocken. Explodier mal bitte. Danke. Und jetzt geht's hier... Auf gegen den... ...gegnerischen Terminus. Er blockt... ...den Angriff... ...ab. Ähm... ...ich bräuchte mal Hilfe jetzt. Bitte. Wollte ich mal blocken, bitte. Hä? What the hell? 98% Ulti. Ich konnte irgendwie nichts blocken. Das ist unlucky. Wenn ich da mal eine Ulti gehabt... ...das wäre echt krass gewesen. Ähm... Aber unser Team hat trotzdem den Punkt. Well done, guys. Well done. Und unsere Ultis ab der gegnerische Terminus hat geultet. Jetzt sind wir... ...jeden... ...auf jeden Fall im Vorteil. Mega nice. Äh... Da springen wir mit dem F rein. Und versuchen einfach erstmal den Bomb King zu kriegen. Und den gerne hinterher. Nice. Die sind down. Da ist der gegnerische Androxys. Komm. Ich block's. Ja. Dann... Mief. Du gehst bitte auch drauf. Ich krieg's die nicht. Das ist doch Verarsche. Okay. Die Terminus wollen alle immer nur rauf gehen. Das ist vielleicht grad ganz gut für uns. Weil der Gegner das genauso macht. Äh... Ich bleib jetzt erstmal wieder auf dem Punkt. Ich spring hier auch zurück. Das blocken wir. Oh. Und... Das blocken wir auch. Gleich. Jetzt. Schade. Nicht ganz geschafft. Aber ich hab eine Ulti... Wir haben alles unter Kontrolle. Da hab ich auch nochmal mit dem F den Nice weggeholt. Geil. Äh... Das sollten wir haben. Außer die Mief kommt hier nochmal rein. Tut sie. Ach und der gegnerische Terminus auch. Der ist natürlich... Das priorisierte... Äh... Heißt das so? Das primäre Ziel. Meine ich. Da müssen wir nochmal blocken. Ich überleg mir grad, ob es schlau wär, mich absichtlich killen zu lassen. Um dann meine Ulti zu benutzen. Die hab ich auf jeden Fall down. Ich versuch nochmal zu blocken. Und rein zu springen. Und wir ulten. Die meisten haben wir tatsächlich gekriegt. Der Terminus ist auch down. Und wir haben das Ding geholt. Was ein spannendes Game am Ende noch. Krass. Alles klar. Das war Terminus mit einem echt geilen Game. Ich find den Charakter auf jeden Fall sehr nice. Aber er ist irgendwie gewöhnungsbedürftig. Und passt irgendwie nicht so ganz ins Game an. Da müssen die auf jeden Fall noch ein bisschen dran arbeiten. Damit das besser involviert wird. Aber ein cooles Kit auf jeden Fall. Ein toller Tank. Was meint ihr? Wie findet ihr diesen Champion? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Bewertet das Video, wenn es euch gefallen hat. Und vergesst nicht den besten Kanal auf YouTube zu abonnieren. Ich möchte mich jetzt von euch verabschieden. Und zwar heute ganz besonders. Nämlich mit einem von mir selber kreierten Zweizeiler. Also spitzt eure Ohren. Das war's heute von dran gedacht. Träumt da süß. Und gute Nacht. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.